Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Peter Böck, ich bin Arzt und Bewegungsspezialist und heute geht es um einen Muskel und ein ganz ein wichtiges Thema für den gesamten Bewegungsapparat. Das ist der Hüftbeuger oder Musculus Iliopsoas, wie er eigentlich heißt, oder verkürzt auf Psoasmuskel genannt. Warum heißt denn der eigentlich so? Der hat zwei Anteile. Beide gehen hier nach unten, da zu diesem kleinen Knochenfortsatz. Das ist der kleine Rollhügel im Oberschenkelknochen. Der hört natürlich hier nicht auf, nur bei diesem Wirbelsäulenmodell in Wirklichkeit. So und von dort ziehen die zwei Anteile. Einer geht hier, das ist der Iliakus zum Ilium, zum Darmbein im Becken und der andere zieht hier am Anfang gemeinsam und dann alleine weiter nach oben. Da setzt er an bei den Querfortsätzen. Der Lendenwirbelsäule bis hinauf zum zwölften Brustwirbel. Und das ist der noch interessantere Teil des Hüftbeugers. Die Funktion des Hüftbeugers, so wie der Name sagt, er beugt die Hüfte. Und das machen wir eigentlich relativ häufig im Alltag, wenn wir sitzen. Wenn wir liegen oft auch, also in den meisten Haltungen und Bewegungen in unserem Alltag ist die Hüfte gebeugt. Und dann, wenn wir das über viele Jahre machen und dann irgendwann aufschieben wollen, dann geht es oft ein bisschen schwer und wir können hier gar nicht mehr den Hüftbeuger dehnen. Was zusätzlich passiert oder passieren kann, ist, dass ein verspannter und verkürzter Hüftbeuger, mir vor allem hier im oberen Bereich, die Lendenwirbelsäule hier noch mehr nach vorne zieht. Denn du musst dir vorstellen, wenn hier ein Zug draufkommt durch die Spannung, zieht er mir hier den unteren Rücken in ein übermäßiges Hohlkreuz. Bandscheiben werden komprimiert und Rückenschmerzen sind oft die Folge. Ist der Hüftbeuger entspannt, dann haben wir die besten Voraussetzungen insgesamt für Aufrichtung im Oberkörper und in unserer gesamten Wirbelsäule. Was natürlich auch bedeutet, dass alle Regionen in unserem Oberkörper vor allem die besten Voraussetzungen haben, schmerzfrei und beweglich zu sein. Also deswegen hat dieser Hüftbeuger so eine große Bedeutung. Zusätzlich setzt er oder geht er an der Nierenfaszie vorbei, also an der Hülle, der Nierenwand, an der Darmwandfaszie, der Harnleiter geht durch. Also es ist wirklich ein ganz wichtiger Muskel, wo wir schauen müssen, dass wir den in Übungen integrieren und den einfach immer wieder zurückführen in Entspannung und Dehnung. Wie machen wir das jetzt? Du stellst ein Bein auf. Im hinteren Fuß stellst du die Zehen auf. Das ist wichtig, damit hier vorne, da wo der Hüftbeuger verläuft, die Dehnung auch effektiv ankommt. So, jetzt kannst du die Hände aufs Knie bringen und kommst hier mit deinem Gewicht nach vorne. Wichtig ist, nicht rund werden im Oberkörper. Wenn du hier rund wirst und probier das mal aus, geht die Dehnung sofort verloren. Wir wollen hier aufrecht bleiben, auch beim nach vorne kommen. Das Brustbein heben. Achtung, nicht zu stark, aber wiederum, dass wir hier nicht in ein übermäßiges Hohlkreuz fallen. Das kannst du leicht korrigieren, indem du die Hand zum unteren Rücken legst. Und wenn du merkst, dass du hier übermäßig in eine Stauchung hineinkommst, dann einfach einen leichten Gegendruck machen. Am Anfang hilft es auch, das vor dem Spiegel zu machen. Und jetzt bleibst du hier in dieser Position, jetzt spürst du schon die Dehnung, kannst eventuell noch die Zehen hinten im hinteren Fuß in den Boden drücken. Der Oberkörper bleibt aufrecht, vielleicht noch ein bisschen weiter vorkommen. Bleibst hier, atmest ganz entspannt, ein und aus, mindestens 30 Sekunden halten. Noch besser wäre es 60 Sekunden in dieser Position bleiben. Das Ganze kannst du natürlich auf der anderen Seite machen. Ich zeige dir jetzt noch eine zweite Variante, wo auch der obere Anteil von sowas noch ein bisschen mehr integriert wird, indem du das hintere Bein jetzt streckst. Wichtig ist, der Fuß hinten ist gerade, nicht ausdrehen und das hintere Bein ist möglichst gestreckt und der Oberkörper ist aufrecht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen herausfordernder. Und du von der Intention her drückst du die hintere Ferse Richtung Boden, der Oberkörper bleibt aufrecht und jetzt kannst du zusätzlich noch die Arme heben. Jetzt wird es noch ein bisschen herausfordernder, aber noch ein bisschen effektiver auch für die Dehnung im Psoas. Hier bleibst du wieder, mindestens 30 Sekunden. Zwei Varianten für den Musculus Iliopsus, für den wichtigen Hüftbeuger in unserem Körper. Mach diese Übung regelmäßig, es wird dir einfach helfen, dass du dich insgesamt in einem Körpergefühl besser fühlst, dass du mehr Aufrichtung bekommst, dass du weniger Spannung oder vielleicht auch Schmerzen weniger bekommst im unteren Rücken. Und das ist wirklich eine der effektivsten und wichtigsten Übungen. Brauchen Sie? Brauchen Sie? Brauchen Sie.